Machen Sie sich bereit für die Sensation. Es dreht sich alles um wirklich das Talent. Wer überzeugt die Coaches? Ihr, das hört nur mal die Einstimmen. Welchen Coach wählen die Kandidaten? Emotionen und Hartzblüte. Die Show, die die Schweiz begeistern wird. Die Show fängt da an, wo andere Shows aufhören. Nämlich bei der Besten. The Voice of Switzerland. Ab 26. Januar. SRF 1